Hör auf das Spiel zu haten, du hast ja selber keine Ahnung. Meine Rede. Ich hasse das Spiel auch. Keine Ahnung von was. Programmieren? Also erstmal ist mein Kanal eine reine Verarsche von Spielen. Ich mache mich hier über alle Spiele lustig, weil ich Bock drauf habe. Ich finde allerdings auch, dass man um ein Spiel bewerten zu können, nicht selber programmieren können muss. Und ich bin offen für positive Dinge an Garten auf Bahn Bahn. Schreib sie mir also gerne rein und ich werde drauf eingehen. Okay, sorry. Ich dachte halt, dass du kritisieren würdest und deine Art von Kritik so war. Leute, denkt ihr ernsthaft, dass so meine Art von Kritik aussieht? Was macht ihr? Ja. Ja. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht. Hi. Ja, Leute. Herzlich willkommen zurück bei Garten of Banane. Glad to see you made it. Ich hab die schon gefunden. Press left click to use your toy. Als ob irgendjemand den dritten Teil, den dritten Teil vor dem ersten Teil spielt. Das ist so dämlich. Warum muss dieses Spiel so langweilig sein? Warum muss dieses Spiel so kacke sein? Warum muss dieses Spiel so scheiße sein? Komm runter. Gut, Leute. Dann fahren wir mal zum Aquatik-Sektor, ne? Da hin. Und jetzt dorthin. Dorthin. Ja, der Kindergarten, Leute, ne? Oh, kennen wir doch hier. Sind wir doch alle. Kennen wir doch. Das ist doch ganz normal. Also, welcher Kindergarten hat eigentlich nicht einen 2000 Quadratmeter Raum unten drunter und mit einer riesengroßen Quale drin? Hi. Ich mag dich nicht. Du bist eklig. Du bist hässlich. Du bist scheiße. Dich mag keiner. Du bist... Es ist so dämlich. Warum ist das alles so dumm? Warum versuchen wir hier krampfhaft irgendwelche Lohr reinzubringen? Ich hasse diese Sektion. Warum müssen wir das nochmal machen? Warum? Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ich verstehe es nicht. Warum? Du nervst mich am meisten von allen Charaktern. Du nervst mich am meisten. Du bist so nutzlos, ja? Du bist so nutzlos. Ja, tschüss, Alter. Jetzt kommen wir alle mal wieder runter, denn jetzt geht erstmal wieder das richtige Gameplay los. Weißt du, ich weiß halt auch einfach nicht mal, was ich zu diesen Rätseln noch sagen soll. Weißt du, es ist halt immer einfach nur so eine richtig dumme Scheiße, weißt du? Du musst irgendwelche Items aufheben, die dann irgendwo hinbringen und dann öffnet sich irgendeine Tür. Ja, aber sorry, aber das ist doch dumm. Also macht doch irgendwie, macht doch irgendwie so, dass du irgendwelche Buttons hier drücken musst. Warum sollten dann die Kinder jedes Mal alle Eimer einsammeln und in dieses Prison reinstecken? Nur damit sie hier die Tür öffnet, damit sie da oben nur das Spiel spielen können. Ganz ehrlich, das ist doch blöd, Alter. Das ist doch bescheuert. Das macht keinen Sinn. Warum ist dieses Spiel mit dieser Tür verbunden? Es macht kein Weh, warum? What happened to you? Oh, ich war eine Stingerflände stecks. Jetzt haben wir wieder ewig lange zu labern hier. WDL. Rot, Rot, Rot. Rot, Rot. Gimme this, gimme this. Okay. Dieses Minigame ist halbwegs fun, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt sehr repetitive, so wie alles in diesem Spiel, basically. Aber, ach man, alle das für eine Soundgarte. Wow. Tschüss. Super gruselig war das. Da hab ich mich fast eingekackt gerade. Ich bin der Spider-Union. Brrrr, ich bin der Spider-Union. Dann hau mal hier mal kurz die Sound-Disk in das R-Horn rein, Alter. Was ist das? Oh, Alter, was ist denn los, immer? Was ist das für ein Scheiß-Shake-Effekt, Alter? Leute, ich hab mir heute Gönnergy geholt. Kussfäger. Schreibt ihr mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr Gönnergy findet. Ich find's ziemlich nice, muss ich sagen. Ich hab nichts anderes, worüber ich reden kann, okay? Oh, Gott, Alter, was ist denn jetzt los? Hi. Ich find's cool, wie sich mein Kopf nicht mitdreht, wenn der sein Auto dreht. Ja, cool, hast du's gemacht, Stingerflände. Wieder super gemacht, ey. Aber immer sind wir recht stolz auf dich, ne? Nice. Ich bin struggling, wie ihr habt, die B-Inkast für Ihre Opinion. Oh! 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 Travelling through the dark, what's with these floating cars? Picking up these pieces of my fragile broken heart. Greening up the infestation, I have to make them tear it deep inside of God. Cause taken places, I'm a mess and I'm afraid of being infiltrated. They've got my mind, must have been sedated. Feels like this stinging in my brain, it's like a migrant came in. So it must be here to stay, you came by, what did I do to you? I've been brain fried all night, live with you Oh, 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 the baddest feeling in my boat Oh, oh, it's the only garden that I know Oh, oh, I'm stuck here searching all alone Oh, oh, oh Wrap around your tentacles, I can't breathe when you've got a hold on me But I'm not scared, I'm not scared of my Bravos, don't tell me I've got time for an eye for an eye Don't take another laugh for me I'm not scared of my Bravos Yeah, that's again, right? Yeah, I find it super funny because I'm so incredibly good Up first try, dude! Weeeee Gevanium, jetzt geht in den Gevanium Raum, Leute Oh nein, oh nein, Leute Remnant, GV, Leute, GV Oh nein Ja, weil Jumbo Josh einfach auch ein bisschen bescheuert ist I'm Jumbo Josh Alright, well, I'll give it a try Ich weiß nicht, warum diese Sektion hier drin ist Ich meine, ich find's ja ganz cool Aber warum muss das hier drin sein? Das macht keinen Sinn Muss ich dir einfach ganz ehrlich sagen Oh, shut up! You're right! Maybe now isn't the best time for education? Ja, maybe Jetzt hättest du das dort? Jetzt gehst du auf? Schnell! Na ah! Was? Ich kann nicht? Du hast nicht dein Ernst? Alter! Boah, was? Jung, Alter! Das ist ja Betrug! Warum kann ich das dann nicht mehr? Alter, weh! Ich find... To solitary? Solitary confinement, oder was? I'm going to a tempest in the next 7 days in solitary confinement Alter! Ja, ja, ja! Perfekt! Steck mich in die Zelle! Du kommst hier nicht durch? Ja, gut! Warte, 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 warte! Ich geh jetzt vor der drauf, ne? Wir fahren jetzt zusammen hoch, Bahnmarina! Wir fahren jetzt zusammen hoch! I'm heading back to class! Cool! Junge! Ugh! Ich glaube schon! In fact, I am gonna miss that one! Ha! Es ist doch nicht euer Ernst! Das ist doch nicht so gewollt! Das könnt ihr mir nicht erzählen! Machen wir den Kack hier! Da hab ich ja auch wieder richtig Bock drauf! Ich bin einfach der... Der... Ultra Smartesten! Ich spiel einfach der Smarteste! Pff... Pff... Ja... Leute, also... Kommt euch das hier irgendwie auch so vor? Als ob das ja... Kann hier irgendwie... Also... sich wiederholst? Also... Habt ihr auch irgendwie gerade so ein... So ein DJ Dabue hieß? So ein DJ Dabue hier oder so? Also... Äh... Bin ich da alleine oder so? Äh... 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 Das ist so dreckig! Das ist so dreckig von denen, ne? Hast die dafür! Drei... Solche dreckig! Die Musik hört sich Real Talk an, als ob das so ein übelstes... Übelstes... Übelstes Ding hier ist, wo man so übelst nachdenken muss und Ultra 2000 IQ haben muss für... So hört sich das hier an! Ich weiß nicht, beim ersten Mal durchspielen hab ich diesen Boss-Fight gar nicht kapiert und hab die ganze Zeit verkackt, aber jetzt also... Jetzt wo ich den auswendig weiß, wie man den machen soll... Ist ja so fucking simpel und easy! Check nicht, wie ich den damals überhaupt einmal verkackt habe! Ja, okay... Sorry! Äh... Wo kam das her jetzt? Wenn da oben Lampen dran sind, kam es von der Decke? War das an die Decke geklebt? Reinstalled with one bird! Was tut die? Warum bleibt die steh? Jawoll! Oh, du dreckiges Ding! Die ist stehen geblieben! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Die hat's schon wieder versucht! Ah, aber diesmal nicht! Hier, bitte! Ist das dein Kackerns?! Was?! Oh, Junge! Ich kann nicht escape! Ich kann das Spiel nicht schließen! Ich kann nicht escape drücken! So! Und jetzt verpackst du bitte nicht! Okay! Okay! Okay, Leute! Kommt runter! Kommt runter! Ich hab' gesagt, ihr sollt's runterkommen! Ich war hier schon zweimal, mein Guter! Vielleicht sogar dreimal! Und das ist traurig! Und ich hätte nicht gedacht, dass ich es nochmal machen werde! Aber warum hat er dir geholfen? Wir reden nachher noch! Böses Wort miteinander! Wir reden noch! Wir reden noch, mein Guter! Okay! Okay! Jetzt haben wir den Scheiß noch! Jumbo Josh is back! Wow! Den haben die hier nur reingebaut, damit irgendjemand hier sich darüber über-abhypt, dass Jumbo Josh zurück ist! Wow! Was wirklich absolut niemanden juckt! Einfach! Ja, cool! Das ist super, was ich gemacht! Jumbo Josh! Super, wirklich! Einfach, einfach klasse, was ich gemacht! Iiiiih! Stop it, YouTube! Oh, stop it, YouTube! Cool! Ich hab einfach nix mehr zu sagen! Ich hab einfach nix mehr zu sagen! Wunder kingdom! Do not let the gesture find you! Shut up! Halt die Klappe! Ja, gut, Leute! Guck mal! Die haben das Spiel nicht mal geupdatet, sodass da am Ende Play the Sequel hier spielt! Sondern da steht immer noch Wishlist! Das Spiel ist schon längst draußen! Das ist so dumm! Das ist so dämlich! Es muss nicht mal gewischtet werden! Ich muss nur spielen jetzt! Ändert doch wenigstens das! Der Jäger! Komm! Gut, Leute! Das war's mit dem Video! Und jetzt... Wunder von meinem Rad!